Mit K-Drive ist es super einfach, Dateien zwischen allen Ihren Geräten zu synchronisieren. Einfach zur Adresse drive.infomaniac.com gehen und auf Apps erhalten klicken und die Anwendung K-Drive auf Ihren Geräten installieren. Nach Installation der Anwendung wird K-Drive automatisch auf Ihren Dateimanager oder Ihr Mobiltelefon übertragen. Alle in K-Drive gespeicherten Dateien werden dann automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Ordner auf Ihrem K-Drive anlegen, wird dieser automatisch in dem Computer sichtbar, auf dem die Anwendung K-Drive installiert ist. In diesem neuen Testordner ist ebenfalls auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017